Herr Streeck, die erste Frage an Sie. Seit dem Wochenende Außengastronomie wieder geöffnet, Tourismus vielerorts wieder möglich. Was lösen diese Bilder in Ihnen aus? Ich finde das den richtigen Schritt, dass wir die Leute vor allem nach draußen bringen, dass man ein Angebot gibt, sich auch draußen aufzuhalten. Die Aerosolforscher haben ja schon lange dafür plädiert, dass man die Menschen aus den Innenräumen nach draußen bringt, weil die Übertragungswahrscheinlichkeit so viel geringer ist. Und das Einzige, worauf man aber hinweisen muss, dass das Virus natürlich nicht weg ist. So, und jetzt kommt's. Nach einer Forsa-Umfrage denken 60 Prozent der Leute, Corona ist vorbei. Was sagen Sie denen? Und das ist natürlich ein fataler Gedanke, der sich da entwickelt. Die Problematik, die wir haben, ist, dass wir jetzt natürlich Erfolge sehen. Wir sehen zum einen sicherlich einen Anteil von den Maßnahmen, wir sehen die Impferfolge, aber vor allem auch die Saisonalität. In vielen europäischen Ländern gehen die Infektionszahlen gerade runter und sie werden sich auch wahrscheinlich, sofern man das überblicken kann, auf einem niedrigen Niveau weiter bewegen. Aber dann wird es auch wahrscheinlich wieder im Herbst ansteigen. Wie stark es ansteigen wird, das kann keiner von uns vorhersagen. Ich war überrascht. Sie, ausgerechnet Henrik Streeck, wurde neulich zitiert mit dem Satz, da droht eine vierte Welle. Das hat sich noch nicht mal Karl Lauterbach getraut. Sie wollten nicht mal die zweite sehen. Und jetzt ist die vierte im Spiel. Was meinen Sie damit? Die Problematik ganz am Anfang, vielleicht um das noch mal zu reißen, am Anfang der Pandemie, also im Mai letzten Jahres, hatten wir gedacht, dass wir bei einem diffusen Infektionsgeschehen sein würden, immer mal wieder solche Hotspots haben werden und die wir gut eindämmen können. Das hat sich sehr schnell über den Sommer revidiert, dass es so nicht sein könnte. Und dann habe ich ja auch schon im Juli, August und September immer gesagt, wir werden massive Zahlen haben. Aber auch vor der Kanzlerin schon gesagt, wir werden über 20.000 Infektionen pro Tag kommen werden. Hier ist es nicht richtig, in meinen Augen von Wellendynamiken da in dem Sinne zu sprechen. Darum sage ich, wir haben eigentlich eine Dauerwelle, weil dieses Virus wird ja nicht weg sein. Das wird einfach nicht verschwinden, so wie die Grippesaison einfach dann erst mal vorbei ist, sondern es wird wahrscheinlich irgendwann endemisch werden. Und wir sind jetzt an dieser spannenden Stelle, wo wir wahrscheinlich von einem pandemischen Geschehen, zumindest in Europa, letztendlich ist eine Pandemie ja weltweit am Ende, vorbei, aber immer mehr in ein endemisches Geschehen reingehen werden. Das bedeutet, dass wir über die Saisonalität mit den Coronaviren immer wieder auch mit den Viren zu tun haben werden. Wie stark wir noch Infektionen im Herbst haben werden, das hängt davon ab, wie gut der Impfstoff vor einer Infektion schützt. Die besten Daten, die wir haben, ist der Schutz vor einem schweren Verlauf. Das ist die Frage.